Hallo zusammen. Wenn wir an unserer Figur arbeiten, da kennen die meisten zwei Zustände. Entweder will ich noch fett verbrennen und bin noch nicht am Ziel, oder ich bin am Ziel angekommen und möchte nicht, dass ich all das wieder verliere. Ein so wichtiger Punkt. Nur weil man seine Wunschfigur erreicht hat, heißt es nicht, dass man stressfrei wäre. Egal, wo du gerade auf deiner Reise stehst, du kannst dich schon auf dem Weg darauf vorbereiten, dass du am Ziel angekommen stressfrei bist. Der Preis für eine gute Figur ist zu hoch, wenn ich nur noch Salat essen kann und fünfmal die Woche Sport machen muss. Er ist auch zu hoch, wenn ich von Ängsten die ganze Zeit geplagt bin, wieder zuzunehmen. Wie viel Stress wir zu unseren Ergebnissen haben, hängt nicht vom Ergebnis ab. Es hängt von anderen Faktoren ab, die ich mit dir in diesem Beitrag besprechen möchte. Jemand, der noch 20 Kilogramm abnehmen möchte, kann stressfreier sein als jemand, der schlank ist. Das ist paradox, aber genau das kannst du für dich nutzen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es war, als ich eine wirklich gute Figur erreicht habe und über jede Mahlzeit nachgedacht habe. Das Thema hat meinen Kopf dominiert und genau das muss nicht so sein. Als ich damals ins Studium gestartet bin, konnte ich nicht wirklich kochen und hatte keine Ahnung von Kalorien. Ich stand nie mit dem Sport auf Kriegsfuß, aber dafür habe ich ja wirklich viel Brot und auch viel Pizza gegessen. Und ja, damals hat mich einiges motiviert, dieses Thema für mich zu verstehen. Ich wollte nicht der übergewichtige Arzt sein, wollte fit sein und mich in meinem Körper wohlfühlen und natürlich auch gute Gesundheit haben. Der geringste Preis Anfang 20 für mich war einfach eine Menge Sport zu machen. Kalorien zählen und keine Pizza mehr zu essen, das wollte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht machen. Und so habe ich dann vier Semester teilweise gnadenlos viel Sport gemacht. Zum dritten Semester wusste ich, dass ich beide Schultern operieren lassen sollte und habe es für nach dem ersten Staatsexamen geplant, weil ich auch die Uni damals gewechselt habe, also eben nach dem vierten Semester. Mir wurde gesagt, dass ich mich auf ein bis zwei Jahre ohne Sport einstellen muss, was mich natürlich noch mehr angetrieben hat vorher, den Sport so richtig auszunutzen. Einige Monate war ich da zehnmal pro Woche im Fitnessstudio und da kann ich wirklich sagen, ich habe mir meine Ergebnisse zu der Zeit sehr hart erarbeitet, sehr hart. Und damals habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwo abhängig von diesem ganzen Einsatz war. Ohne den hätte ich die Ergebnisse nicht bekommen und hätte sie wieder verloren, wenn ich all das gestoppt hätte. Es kamen da Sorgen hoch, wenn ich nicht im Plan war und mein ganzer Erfolg hing ja schließlich an diesem ganzen Einsatz. Mir war damals schon klar, dass wir abhängig von dem werden, was wir für die Gewichtsteuerung nutzen, aber damals hatte ich darauf noch nicht so wirklich Antworten. Und, das sollte ich dazu sagen, zehnmal Sport pro Woche kann ich auch wirklich beim besten Willen nicht als Strategie empfehlen und ist bei weitem auch nicht nötig. Etwas vorgespult fand ich mich dann nach der zweiten Schulter-OP in 2013, fünf Tage später in München im Vorlesungssaal wieder. Ich hatte Schmerzen beim Gehen und musste sechs Wochen im halben Sitzen schlafen, weil das Liegen zu schmerzhaft war. Was habe ich gemacht? Vorher wollte ich es nicht. Jetzt hatte ich keine andere Wahl gefühlt. Einerseits habe ich es aus diesem Druck gemacht, auf der anderen Seite hat mich in all dem auch immer meine Neugierde in Richtung Medizin angetrieben. Auch eben das Bild, dass ich nicht der übergewichtige Arzt sein möchte. Dann noch eine ganze Menge Scham zu mir und meinem Körper. So das Übliche. Ich wollte meine Ergebnisse damals dann auch einfach nicht verlieren. Und so habe ich mich ins Kalorienzählen gestürzt und auch zum ersten Mal gezielt gekocht und verschiedene Rezepte ausprobiert. Und jeden Tag habe ich mich da drei bis vier Stunden weitergebildet und recherchiert, um all meine hart erarbeiteten Ergebnisse nicht einfach so zu verlieren. Mit dem Ausfall von Sport für mindestens ein Jahr hatte ich auch einfach Angst, nun wieder zuzunehmen und keinerlei Kontrolle zu haben. Und da kommen wir auch schon zum ersten Kern zu dieser Emotion. In erster Linie ist es erstmal nur das Feedback deines Bewusstseins, dass hier eine Gefahr bestehen könnte. Es ist eine Eventualität. Wir alle kennen Ängste, die sich nicht wie eine Eventualität anfühlen. Es ist die Prüfungsangst, das öffentliche Reden. Und da schießen die wildesten Szenarien in unsere Köpfe. Es ist wie so eine rote Karte, die dein Kopf dir hinhält. Hey, was würdest du denn davon halten, wenn XY passiert? Was ist denn, wenn du von der Bühne fällst, vergisst, was du sagen wolltest oder beim Reden spuckst und ausgelacht wirst? Und das war genau richtig irgendwo. Mir waren die hart erarbeiteten Ergebnisse wichtig und das geht dir sicher auch so. Und wenn die Gefahr besteht, einfach wieder zuzunehmen und wir es nicht unter Kontrolle haben, dann ist die Angst genau richtig, könnte man sagen. Wir können solche Ängste nicht einfach so verändern. Wir brauchen eine Antwort darauf. Und mit meiner ganzen Recherche und dem richtigen Mix an Motivation und Angst, also da konnte mich wirklich wenig aufhalten. Und hier würde ich auch nicht von einer geschlossenen Schublade sprechen, weit entfernt. Dazu kommen wir gleich mehr. Ich habe geklammert und habe natürlich auch Einsatz gebracht, war bereit zu zählen und gezielt zu kochen. Und dann ist etwas passiert, was mich absolut vom Hocker gehauen hat. Mit 0,0 Sport und wirklich einem Minimum an Schritten bin ich schlanker und definierter geworden als je zuvor. Und das hat mich völlig umgehauen. Ich weiß noch, wie ich damals nachgezählt habe, wie viele Ausdauersporteinheiten ich mir hätte sparen können. Ich hätte es mir so viel einfacher machen können. Und in dieser Zeit ist für mich eine ganze Menge passiert, das mich heute hierher gebracht hat. Und ich habe selbst erlebt, dass man einer schlechten Ernährung nicht so gut davonlaufen kann. Bis zu dem Punkt hatte ich keinen Plan in der Ernährung. Ich hatte keine Kontrolle über die Bilanz. Und ich kannte natürlich die Grundlagen und habe versucht, möglichst wenig zu essen und auf Proteine zu achten. Das habe ich zwei Jahre so gemacht in diesem Credo. Immer dieser Gedanke, möglichst wenig essen, Sven, möglichst wenig. Und einfach brutal viel Einsatz im Sport. Und dass ich dann noch viel bessere Ergebnisse hatte, hat mir sehr viel an Vertrauen gegeben. Vom Gedanken, oh nein, ich verliere alles, was ich mir hart erarbeitet habe, hin zu hoch, das kriege ich ja auch anders hin. Und es braucht Vertrauen, um einer Angst zu begegnen. Und damit meine ich nicht, dass wir in irgendjemanden bärtigen, im Himmel vertrauen. Nein, Vertrauen auf dich selbst, auf deine Fähigkeiten. Die Angst wird nicht mehr dominant sein, wenn du das Vertrauen in dich entwickelt hast. Für mich lief das im Nachhinein betrachtet über viele Stationen, schon einige. Zuerst so viel Sport zu machen, war eine entscheidende Situation. Und die erste große Angst zu meinen Ergebnissen dann auch. Aber danach saß ich in der nächsten Falle und musste Kalorien zählen. Ja, wohin wandert denn dann die Angst? Ja, natürlich hatte ich dann Sorge, mit dem Kalorienzählen aufzuhören. Lustig, oder? Wie das Ganze läuft. Und wenn du mich nun fragst, warum ich heute keine Angst mehr habe, dann muss ich zuerst sagen, weil ich Vertrauen in mich habe und in meine Fähigkeiten. Ich weiß, was wirklich wichtig ist. Ich weiß, was der beste nächste Schritt für meine Ziele ist und kann mein Tun priorisieren. Das Gegenteil quasi von der Holzhammer-Methode mit einfach sinnlos viel Sport machen und möglichst wenig essen. Und du wärst erstaunt, wie stark dieser Ansatz immer noch angewendet wird. Und die meisten meiner Freunde in meinem Alter handhaben es genauso. Bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil man die eigene Stoffwechselrate über den Jojo-Effekt so runtergewirtschaftet hat. Wie oft hast du die gleiche Taktik angewendet? Einfach möglichst viel machen, dann wird es schon werden. Schreib es mal gerne in die Kommentare. Ich kann also mein Tun heute priorisieren. Ich habe ein Ziel und weiß, wie ich da bestmöglich hinkomme. Und vor allen Dingen, ich kenne auch mehrere Wege. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Der zweite Punkt. Ich habe mir bewiesen, dass ich in der Lage bin, das Nötige zu tun. Ich kann mich zum Sport motivieren. Ich kann mich auf gute Nährstoffe konzentrieren. Ich weiß, dass ich all das auf die Straße bringen kann. Das Wissen, das es in diesem Thema braucht, ist nicht einfach nur, das, das und das ist wichtig und so machst du es optimalerweise. Nee. Das Wissen ist eher so angelegt, dass du weißt, was du in suboptimalen Situationen gut tun kannst. Und was ist, wenn das Knie verstaucht ist? Nimmst du dann direkt zu? Was ist, wenn die Stimmung mal schlecht ist? Landen dann zu Hauf Süßigkeiten im Mund, um mit dem Stress umzugehen? Was machst du im Urlaub? Was ist in der Weihnachtszeit? Unsere Aufgabe in diesem Thema ist, diese miesen Zeiten und schwierigen Zeiten genauso zu meistern wie den Alltag oder die Weihnachtszeit. Zeiten mit eben viel Genuss. Und das Wissen ist eher, wenn ich den halben Kuchen hier an diesem Wochenende verdrücken will, wie kriege ich das hin und erreiche meine Ziele mit meiner Figur? Das ist das Wissen, das ich möchte. Und genauso denke ich über die zwei Ziele nach. Ich möchte Genuss und gute Ergebnisse. Und Angst ist jetzt diese Eventualität, das ist die Gefahr. Sehe ich nur die, wird die Emotion sehr stark sein. Möchte ich, dass die Angst mich nicht dominiert, was brauche ich? Ja, Vertrauen. In was? In mich und meine Fähigkeiten. Was brauche ich dafür? Beweise. Wie erbringe ich die? Indem ich die Situationen bewältige, die die Angst auslösen. Indem ich in die Weihnachtszeit oder den Urlaub laufe und den besten Weg finde, damit umzugehen. Woche für Woche, Monat für Monat. Deine Situation wird sich da stets verändern. Und als ich dann Angst davor hatte, mit dem Kalorienzähn aufzuhören, weil ich dann wieder meine Ergebnisse verlieren würde, da habe ich mir dann bewiesen, dass es auch ohne geht. Intervallfasten hat eine ganze Menge dazu beigetragen. Und genau dieses System nutze ich heute immer noch und bringe es heute Menschen hier in einem Fasting eins zu eins bei. Und die Situationen sind sehr individuell, die Ängste und Emotionen noch mehr. Und da ich exzellente Ergebnisse mit dir erreichen möchte, reicht nicht ein dreistündiger Videokurs oder eine PDF aus. Und wenn dich das interessiert, findest du einen Link in der Beschreibung oder auch direkt auf www.iamfasting.de die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns. Darin lernen wir uns zuerst kennen und besprechen deine Situation, bevor wir zusammenarbeiten. Und den Schritt kann ich dir wärmstens ans Herz legen, wenn du sehr gute Ergebnisse haben möchtest oder sich auch einfach deine Räder durchdrehen. Eine interessante, weitere und auch wichtige Randnotiz. Für die meisten entsteht das Vertrauen aus den Ergebnissen. Sind die Ergebnisse gut, ist alles im grünen Bereich. Das ist eine schwierige Situation. Würde ein Profi, egal ob im Basketball, Fußball oder auch anderswo, einfach das Vertrauen komplett in sich verlieren, wenn er mal nicht gut spielt? Das passiert, aber genau das macht dann Profis aus, wenn genau das eben nicht passiert. Und kommen beim Profi trotzdem Zweifel hoch und das beeinflusst die Performance, wird der Sportpsychologe hinzugezogen und man bearbeitet die Aussage, die dadurch die schlechten Ergebnisse getroffen wurden. So im Sinne, Anführungszeichen, weil ich schlecht gespielt habe, habe ich nun große Angst, dass ich ab sofort immer schlecht spielen werde. So ungefähr lautet die Angst. Und da ist die Frage, kommt dir das bekannt vor? Da müssen wir raus. Und selbst wenn wir in einem Urlaub zwei bis drei Kilo zunehmen, warum sollten wir dann die Angst haben, dass wir nicht die Fähigkeit haben, die wieder runterzukriegen? Der Stress ist genau dann riesig, wenn ich mir da nicht vertraue. Und auch ganz wichtig, dass die zwei bis drei Kilo entstanden sind, sollte ein wichtiges Feedback für diesen Urlaub und wie der gelaufen ist für dich sein. Und da kann man sich angucken, ob sich das so gelohnt hat. Wir sollten unser Vertrauen aus uns ziehen, nicht aus den Ergebnissen. Die Ergebnisse entstehen aus unserem Tun und vielleicht hast du dich in dem Urlaub auch wirklich eher auf die Cocktails und das Buffet gestürzt. Und das ist auch okay. Das Ergebnis zeigt dir, was dein Tun dir gebracht hat. Das Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten erklärt dir, dass du keine Angst oder Stress dazu haben musst. Und so erlebe ich heute das Thema. Obwohl ich auch jemand war, der nicht nur wirklich schambehaftet war, sondern auch wirklich keinerlei Ahnung hatte. Ich habe mich dadurch dieses Problem durchgearbeitet, bin von Station zu Station, von viel Sport zu gar keinem Sport, von keiner Kontrolle in der Ernährung zu sehr viel Kontrolle mit Zählerei und dann wieder zu einer sehr laxen und flexiblen Umgangsweise, die ich heute lebe. Mit den Ergebnissen, die ich haben will. Und vor allem stressfrei, Schublade geschlossen. Du wirst nie erleben, dass ich irgendwo nicht zugreife, obwohl ich das wirklich gerne machen wollen würde. Da muss ich innerlich fast lachen, dass das überhaupt geht. Dass man diesen Zustand erreichen kann. Das ist so wirklich, wirklich eine schöne Sache. Und wenn ich Dinge machen will, dann mache ich die. Und wenn ich zunehme, habe ich keinen Stress, weil ich auf mich vertraue und meinen Kurs dann einfach wieder anpasse. Ich kann gar nicht betonen, was das für eine Befreiung ist. Und weil ich genau das erlebt habe, neben den guten Ergebnissen, mache ich diese Arbeit. Die Frage für uns beide ist nun, wie kriegen wir das für dich hin? Da müssen wir zu der Frage kommen, was gibt es denn noch für dich zu lernen? Welche Stationen gibt es denn noch für dich zu durchlaufen? Wo stehst du denn heute? Und da könnte der erste Schritt überhaupt sein, zu sehen, ohne was du in diesem Thema niemals auskommen wirst. 1. Die Kalorienbilanz 2. Dein Verbrauch in Ruhe, deine Stoffwechselrate Auch beeinflusst durch deine Muskelmasse, aber nicht nur. Ein niedriger Verbrauch bedeutet, dass du dich sehr viel besser für die gleichen Ergebnisse verhalten musst. Schwierig. 3. Hunger und Sättigung 4. Phasen, in denen man keinerlei Zeit für dieses Thema hat. Was machst du dann? 5. Verletzungen, Urlaube, besondere Anlässe, Deine Situation wird sich immer wieder verändern. Kannst du darauf antworten? 6. Deine Motivation und auch deine Disziplin. Die Frage, warum man manchmal weniger Schwierigkeiten hat, zum Sport zu gehen und manchmal gleicht es einem unüberwindbaren Berg. Zu diesem letzten Punkt, da feile ich gerade einen Beitrag aus, der sich um Dopamin und die unterschiedlichen Gehirnareale dreht. Etwas, das mir sehr viel geholfen hat, mich selber besser zu verstehen. Der wird da zeitnah kommen, also gerne den Kanal abonnieren, um den nicht zu verpassen. Und als Bonus unterstützt du unsere Arbeit immens mit deinem Abonnement. Dankeschön. Der andere Ansatz ist, genau hinzuschauen, wo noch Ängste sind. Was ist denn, wenn du mehr Stress im Beruf haben solltest? Was verändert sich in deinem Verhalten? Was wäre, wenn du ohne Kalorien zählen durch den Alltag gehst? Was weißt du, wie du trotzdem eine gute Übersicht hast und wie du gut abnehmen kannst? Hast du trotzdem einen guten Überblick über dein Verhalten? In welchen Situationen kommt denn die Angst wirklich hoch? Wenn du mal nicht im Plan beim Sport warst und kannst du dann deine Ernährung anpassen als Reaktion darauf? Die meisten werden sich in der Winterzeit auch weniger bewegen und das Thema steht einfach nicht still über das Jahr. Und wenn du den Drang spürst, deinen Plan immer korrekt durchziehen zu müssen, kann das überhaupt die Lösung sein? Ein Plan? Ein Plan, der dir dein Ess- und Sportverhalten vorschreibt? Ist das die Lebensqualität, die wir haben wollen? Nein. Du brauchst Spontanität und Flexibilität, dann fühlt man sich nicht oder zumindest weniger eingeschränkt. Und von Plänen werden wir früher oder später in meiner Erfahrung abweichen. Du brauchst etwas Alltagstaugliches in der Handhabung und mal gibt es mehr Kalorien, mal weniger und das ist okay. An meinem Weg kannst du ebenfalls sehen, wo ich gestrauchelt bin. Zuerst konnte ich Ergebnisse nur durch viel Einsatz im Sport und Bewegung erreichen. Gut, wollte ich auch so. Dann kam die Ernährung dazu, aber nicht wirklich alltagstauglich, Kalorien gezählt und natürlich kamen Sorgen hoch, wenn man mal Essen gegangen ist oder Pizza bestellt hat. Also, wenn in diesem Thema Angst herrscht, egal ob du während der Abnahme oder dann beim Gewicht halten, der Mechanismus, der ist der gleiche. Und die Antwort, die muss sein, dass du das Steuer in der Hand hast. Es geht darum, Vertrauen in sich selbst zu haben. Es geht um möglichst wenig Energieeinsatz für möglichst gute Ergebnisse. Es geht um einfache und alltagstaugliche Stellschrauben. Kommt die Angst hoch, stell dir die Frage, worauf sie zeigt. Und dann leuchte da genauer hin und untersuche, ob die Angst gerechtfertigt ist. Und das Schöne ist, die Angst, die ist genau das Feedback, das du brauchst. Und du wirst keine Angst mehr haben, wenn du sie nicht mehr brauchst. Also, hab den Mut, die nötigen Steine umzudrehen, deinen Umgang, deinen persönlichen Umgang damit zu finden. Unsere Teilnehmer, die nutzen unter sich die Stellschrauben auch absolut unterschiedlich. Und jeder Teilnehmer nutzt jede Woche auch unterschiedliche Stellschrauben zu einer unterschiedlichen Intensität. Ich brauche aber einfach mal die Möglichkeiten. Und so eine Lösung braucht es in meiner Erfahrung. Und du musst selbst am Steuer sitzen und auch genau das Gefühl haben, selbst das Steuer kontrollieren zu können. All das kannst du dir selbst erarbeiten oder die Abkürzung nehmen und einen kostenlosen Beratungstermin mit uns vereinbaren. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich und ich hoffe, dass der Beitrag dir einige wichtige Impulse gegeben hat. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.